Herzlich Willkommen zum Adventskalender-Tipp. Grüß euch. Barbara, du hast einen Spiegel mitgebracht. Ja, wie gut könnt ihr kritikend gegennehmen. Entweder die von euren Mitmenschen oder auch die eigenen euch selber gegenüber. Ja, auch deinen Tipp. Schaut morgen in den Spiegel und sagen euch etwas Schönes von euch. Es kann etwas Äusserliches sein, wie ich wirklich schöne Augen habe oder auch etwas Innerliches. Ich bin ganz ein empathischer Mensch. Probiert es aus. Es wirkt Wunder und es macht mich stabil. Ja, guter Tipp. In diesem Sinne, bleiben gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp. Ja, guter Tipp.